Aber warum sollten die Geister denn auch immer böse sein? Ich habe ja wie gesagt das Gefühl bei uns, also Joffrey, das ist ein netter Hausgeist. Ja, aber deswegen muss man ihnen vielleicht ein Geschenk machen, dass man sagt, pass auf, ich teile mein Champagner, ich teile meine Diamanten. My world is your world. Weißt du, dass man sagt, ich will überhaupt nicht. Ein Champagner in Ehren kann niemand verwehren. Done with the interview, first look, first outfit, and now we're doing a little skid with the rest of the judges.